ich weiß dass ich das bis zu einem bestimmten termin fertig ja hier und wieder mal herzlich willkommen bei judo spielt mir eine kraft und habe ich gesagt ja sterben tust du trotzdem so du kannst mich holen ich bin hier unten sagen nein ich wollte ich doch gar nicht trotzdem was würdest du sagen wenn ich jetzt na ich muss wegen wegen primate ja wegen primate bis nicht gestorben ich hätte ich auch losgelassen deswegen red gestorben nein 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 das habe ich ja überlebt das hat er ja überlebt so ich muss erstmal zum todes punkt muss man das red ist gerade was abgestürzt er ist komplett offline ich war etwas hier war doch eben ach du scheiße was ist denn los ich habe den browser an dem mach ich mal schnell noch aus so wird mir jetzt heiß was gerade nach hinten was machen wir jetzt du bist kurz war das ja außer wieder hoch ist er vor dir ja du sitzt aber nicht drauf bei mir sitzt du dich drauf aber du weißt aber noch wo das viel mich getötet hat ja ich muss aber jetzt nicht schnell herunterschmeißen muss man ganz kompass machen ja weil ich muss mich meine pfeile haben ich sehe das nämlich ja hier bei red statt irgendwie gerade nichts okay so game habe ich das habe ich das a17 fleisch glaube ich zu wenig ne da brauche ich nachher noch mehr fleisch scheiße ich bin mal schnell zurück meine base ja ich schreibe an was er hat das ist auch schon auf naja ich nehme auf das ist ja gut 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 und hier sollen die sein die vögel nicht ganz und so gut wo bin ich denn jetzt in geflogen oh mann ey wo ist das pferd in welche richtung muss ich denn richtung berg ja richtung berg äh kann ich da langlaufen ja müsstest du eigentlich können oder du wartest dass red wieder kommt das problem ist das lag bei mir auch und hier sind ja gefährliche fische wenn was los du bist einfach offline du bist überall offline ja also weit ist gott ja ja weil ich das gott ausgemacht habe weil ich euch seit knapp fünf minuten gefühl nicht gehört habe äh wir haben gerade mit dir geredet ja wo bist du denn ja übrigens ich bin am berg und abgeteilt ja komm mal discord mach statt zu meinen discord neu ich bin auch mal ganz kurz weg ich komm gleich wieder ja ok ok ich bin gleich wieder da mach mal kurz allein die folge ja verpisst euch alle er ist leck bei mir er glaubt das wird mit der folge heute nix ja 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 wie das mitkriegt bin ich jetzt alleine und das leckt ganz schön der server jetzt was da los ist weiß ich auch nicht hier soll ja irgendwo der berg sein ich hoffe dass ich das zu fuß jetzt gut hinkommen und ich sterbe ja das ist schon gut aus mir ist kalt toll wo ist er denn hier ja da ja es wird ich sehe ich sehe nur ein avatar ich ruf red mal an wenn nicht dann join mal lieber neu ja du hast mich ja auch eben nicht gesehen wahrscheinlich siehst du nicht ja aber ich sehe hier hat einer was eben runter geschmissen ja das server leckt auch ganz schön muss ich sagen ich muss das warten bis die runter sind aber das könnte von raps sein schmeißt er da weg schießpol wer da wird einer angegriffen bist du das ach du scheiße ich werde jetzt scheiße red du bist ja auch red war das denn red hat seine sachen verloren er ist gestorben ja ich auch ich höhlen red 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 war gerade hier der kann es mit baby reden red was passiert red was passiert red was passiert server leckt ja wird ihr zurückkommt bringt mir meine feile mit und das alles Keine Ahnung, wo du geschaut bist. Da beim Berg, da bei Red. Red, was ist mit Discount los? Ja gut, äh, schon neu gestartet? Ja, ne? Okay, das ist doof. Ah, abgesprungen! Red, du? Dummer Fehler, dummer Fehler. Ja. Ja, darfst du nicht L drücken beim Fliegen. Ne, ich fang versuchen, ihn zu tauchen. Äh, die sind wasserscheu. Die schmeißen sich denn ab. Red nicht, du stirbst. Ich bin level up, geil. Joe ist auch schon gestorben. Na, weil er Server geleckt hatte, eben. Ja, wir sollen die Sache mit treffen, Joe. Der leckt die ganze Zeit, der Server bei mir. Bei uns leckt er nicht, das liegt also nicht am Server. An was liegt das denn? An dir? Ne, also ich habe einen guten Computer, daran kann es nicht liegen. Dein Internet, nicht dein Computer. Ne, Internet ist auch besser geworden. trotzdem können ab und zu mal sowas passieren, das ist normal. Ja, aber das ist das erste Mal, das ist bei mir bei Ark, äh, leckt. Red, hier drüben. Oh. Red, hier drüben. Irgendwie killt er gerade alle Tiere, die da sind. Ich farme jetzt und farme alles doppelt mit dem Tier. Hehe. Finde ich geil. Red! Red! Red Sturmur! Ready, Nato! Ich habe da einen Vogel dabei. Red! Der war, du bist gerade vorbeigerannt. Vorbeigerannt, ja. Komm mit, ich bring dich da. Komm. Komm mit, ich bring dich da hin. Ich bring mich? Nicht dich. Ich geh mit Red. Ach so. Oh mein, mein, mein. Hier in etwa. Da liegen auch Sachen hier vorne gleich. Rechts. Hier hat auch jemand ganz viele Sachen gedroppt. Ja, das war Red. Das gab... Das war Juju? Nein, ich bin gestorben. Wo war dein Vogel? Sofort kann mir die ganze Zeit. Oder soll ich dir schon mal in die Base bringen? Red, soll ich dir in die Base bringen, dein Vogel? Red? Alles kommt zu dir. Alles rennt zu dir. Alle Wolfen... Okay, alles gut. Alles gut. Du, ey, 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 Red. Ich versuche, einen zu zähmen. Also zu betäumen. Und du tötest die anderen. Hier, die Wölfe hier. Was sind das? Was sind das für Tiere? Hier, will ich nicht. Die will ich nicht. Was ist das mit deinem Discord? Äh, versuchst du die ganze Zeit zu verbinden, aber geht nicht. Ah, okay. Also Red, du wirst du als offline angezeigt, ne? Der ist immer auf mich getriggert. Red, ich fliege in die Base, ich verhungere. Red, okay? Okay. Wir müssen ein B mit ihr reden, weil wir da sind. Ah, okay. Dann bringen wir mal meine Sachen bitte mit. Ich weiß nicht, wo die sind. Da war nichts, außer Red Sache gerade. Ja, da muss doch ein... Ich verhungere ich muss einmal zurück, sonst bin ich dann weg. Da muss ich mal gucken, dass ich Fleisch kriege. Aber das ist ein saufiges Hygien, Alter. Ja. Ich wurde aber schon... Hier noch mit deinen Diener dahin. Nee, der stirbt denn. Ach, da hast du aber Angst, ne? Ja, ich muss hier eins zum Bärensatz haben, haben ein Holz. Oh, hier ist ein Feind, hier enter. Oh, hier ist ein Feind, hier enter. Oh, hier ist ein Feind, hier ist ein Feind. Oh, hier ist ein Feind, hier ist ein Feind, hier ist ein Feind. Oh, hier ist ein Feind. Das ist natürlich traurig. Und ich brauche... Ah, nee, jetzt bin ich schon wieder hier. Ich brauche noch... Warte mal, Fußbohnen. Eins, zwei, drei. Drei Fußböden brauche ich noch. Oh, das war dumm. Ach so. Das war dumm, sagst du. Ich habe gerade verdammtes Fleisch gegessen. Also, wenn du meine Folge ansiehst, dann siehst du auch und kannst es auch... Äh... Das ist wirklich leck bei mir. Also... Okay. Ich denke mal, ich sollte lieber die Folge enden jetzt. Ja, glaube ich auch. Sind wir eh schon bei 16 Minuten, weil das bringt nichts. Dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen zu abonnieren, kommentieren, teilen, liken und Zuschauerfragen zu stellen. Bis dann, euer Jojo1968. Ciao.